Blut, Schweiß und Tränen. Beim diesjährigen Fitnesstest der Augsburger Panther ging es hart zur Sache. Auch wenn man zuerst vielleicht anderes erwartet hätte. Es wäre der ganze harte Kampf, 52 Spiele, dass wir anschließend in die Top 10 landen. Heute stand sowieso erst einmal der Fitnesstest auf dem Programm. Getestet wurde unter anderem die maximale Sauerstoffaufnahme der Spieler und es wurden Laktattests durchgeführt. Es ist nicht lustig, aber es ist nicht so schlecht. J.D. Forrest ist einer der amerikanischen Neuzugänge im Team. Auch wenn es bis jetzt kein offizielles Teamtreffen gab, scheinen die neuen Spieler schon einen Draht zur Gruppe gefunden zu haben. Wir haben schon Kontakt miteinander aufgenommen. Sie sind gestern zusammen in Essen gegangen und jetzt müssen wir einfach schauen.